Den Fehler machst du schon längst. Richtig. Diesen Fehler, den du vermeiden solltest, wenn du nicht immer Single sein willst, den machst du schon längst. Es ist der Fehler des Zerdenkens. Und wenn du dieses Video anschaust, wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann machst du das, weil du eine Lösung suchst, weil du mehr wissen willst, weil du gerne noch einen perfekten Plan hast, bevor du dann in die Aktion kommst. Oder weil du immer wieder dieselben Resultate bekommst und du dich fragst, wie du das Ganze verbessern kannst. Die Lösung, die wir meinen, die im Denken liegt, bringt uns oft genug noch weiter in die Misere. Zerdenken ist ein riesengroßes Übel. In dieser Folge werden wir dir ganz genau zeigen, wieso. Du wirst dich 100% wiederfinden. Du wirst sagen, Mann, genau diese Fehler mache ich. Und wir werden dir auch zeigen, wieso du sie machst. Und dir erklären, wie du es besser machen kannst. Den Leitfaden, den bekommst du heute im Freundin für den Podcast, Folge 111. Mein Freund, wenn du schon 100 Folgen von uns gehört hast, dann mach jetzt aus. Also vergiss diese Folge. Mach direkt aus und handele. Tu etwas. Wenn du noch nicht weißt, was du tun sollst oder wie du es tun sollst, dann hör sie dir an. Eine Folge geht noch und danach mach sie aus und ich will dich nie wiedersehen. Kein Scheiß. Das hätte ich viel lieber, als dass du noch weiter unsere Folgen gehörst und anschaust und keine Ergebnisse bekommst. Also bitte, hole dir Ergebnisse, die dir zustehen. Wir stehen dir zur Seite. Das ist der Freundin finden Podcast für Männer mit Herz. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst. Und mit dabei haben wir natürlich wieder unseren Experten für Selbstbewusstsein, Dominik Van Aave. Yes. Und das ist auch eine sehr dreiste oder auch krasse Aussage, dass wir sagen, mach die Folge aus und handel lieber, weil genau darum geht es heute. Du handelst nicht. Du machst genau diesen Fehler des Zerdenkens. und dann sei dies die letzte Folge, die du jetzt noch hören musst, damit du ins Handeln kommst. Lass uns direkt loslegen. Ich weiß, das ist der Freundin finden Podcast, aber wirklich, die Wahrheit ist, eigentlich müsste dieser Podcast heißen, der Erfahrungen sammeln Podcast. Weil wenn du eine Freundin haben möchtest, wenn du die richtige finden willst, wenn du Erfahrungen sammeln willst, um auf dem Weg dahin dann die richtige auszuerkoren, dann kommst du nicht drumherum, wirklich viele Erfahrungen zu sammeln. Das ist der einzige Weg, um dann auch die richtige überhaupt auswählen zu können, weil du dann weißt, aufgrund deiner Erfahrungen, worauf du stehst, was dir wichtig ist, was dir allein auch in der Kommunikation wichtig ist und natürlich auch, um so effektiv zu kommunizieren, dass sie dich auch als den Richtigen sieht. Und dadurch kommen wir wirklich nicht um das Ziel drumherum, dass wir sagen, das Allerwichtigste ist, dass du dir jetzt ein Ziel setzt für einen Zeitraum deines Lebens. Dass du dir sagst, das ist der Kapitel, das ist das Kapitel in meinem Leben, dass ich mir jetzt zuschreibe, dass ich mir gönne, um besser zu werden mit Menschen, um sozialer zu werden, um Frauen besser zu verstehen, um Erfahrungen zu machen, um Frauen erobern zu verstehen, um grundsätzlich die Liebe mehr zu entdecken. Und dafür nehme ich mir einen bestimmten Zeitraum, sei es fünf Jahre, drei Jahre, zehn Jahre und du sagst, in dieser Zeit, da ist mir das einfach das Allerwichtigste. Und ja, da werden die anderen Dinge einfach nachrangig sein. Und diese Entscheidung, mein Lieber, die hört sich so hart an, weil du dann vielleicht denkst, Alter, ich habe jetzt so viel zu verlieren in meinem Job, ich habe es so weit geschafft. Super, toll, dass du es so weit geschafft hast. Mit wem kannst du das Ganze jetzt teilen? Mit niemandem? Okay, hast du es dann wirklich überhaupt so weit geschafft? Und wenn du es so weit geschafft hast, bist du wirklich so fragil, dass du alles jetzt wieder verlieren könntest? Wirklich? Glaubst du wirklich, dass du nicht, wenn du an einem neuen Ort wieder beginnen würdest, mit dem Skillset, das du hast, mit der Erfahrung, die du hast, dass du nicht innerhalb von relativ kurzer Zeit auch wieder genau dieselbe Stelle wieder erlangen könntest, weil du einfach so wertvoll bist für Arbeitgeber? Da gibt es ja auch zig Experimente drüber. Über das letzte jetzt irgendwie vor fünf Jahre, vor Beginn der Pandemie oder so, im skandinavischen Dorf, wo allen Menschen, das waren weit über 100 Menschen, alles Geld weggenommen wurde und dann gleich verteilt wurde als Experiment für, ich glaube, 18 Monate. und am Ende hatten halt die Menschen, die schon vorher reich waren, mehr Geld und die Menschen, die am Ende weniger Geld hatten, auch weniger Geld. Wie kann das sein? Weil das entsprechend ein Skillset ist, den du lernst. Also ob es jetzt halt, ob es Geld ist, ob es Geld machen ist, ob es eine Beziehung führen, ob es Frauen finden ist, was auch immer, ob es Gesundheit ist, das ist halt alles Mindset und das ist ein Skillset und aber auch das, was du gerade angesprochen hast mit, wir suchen uns eine gewisse Zeit und verbeißen uns dann in dieses Thema wie so ein Pitbull, bis wir das gelöst haben und das ist, das hat sich halt auch über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg gezeigt, dass das der Weg zum Erfolg ist. Wir müssen halt einen Hasen verfolgen, deswegen gibt es halt nicht umsonst dieses Sprichwort, wenn du zwei Hasen jagst, hast du am Ende deiner Jagd keinen von beiden. Und wir wurden halt so, wir haben so damals von so einer Margarine-Werbung in den 90ern gelernt, das Leben muss im Balance sein. Aber das ist, nee, muss es halt nicht. Also wenn wir halt eine Sache verfolgen, wenn wir eine Sache verbessern möchten, dann müssen wir außerhalb der Balance sein. Wir müssen uns weniger mit zum Beispiel unserem Job beschäftigen, wenn wir das Thema Beziehung fokussieren wollen. Das ist einfach so. Unser Tag hat halt nur 24 Stunden und im besten Fall schläfst du halt ein Drittel davon und dann hat der Tag halt nur noch 16 Stunden, die du halt füllen musst oder füllen kannst mit gewissen Prioritäten. Und dafür muss dein Leben außerhalb der Balance sein, damit du halt auch entsprechend in einen Bereich reinkommst, wo du mehr Möglichkeiten siehst. Wenn du halt so 20 Minuten nur Thema X machst und dann dreieinhalb Stunden Thema Y, damit du in den nächsten vier Stunden auf Thema Z gehen kannst, dann kann das halt für eine gewisse Zeit funktionieren, aber du wirst nicht diese Erfahrungen machen, wenn du dich komplett mal auf ein Thema spezialisierst. Oder ich glaube, im Kraftsport nennt man das auch Periodization oder so. Also dass du halt sagst irgendwie, ich möchte jetzt diesen Muskel ganz besonders mal trainieren. Dann machst du halt mehr Übungen für genau diesen Muskel unterhalb der Woche, damit der halt so einfach diesen Reiz bekommt. Und dann nach einer gewissen Zeit, das kann dann nach drei Monaten sein, nach dieser Zeit trainierst du ihn ganz normal weiter. Aber aufgrund dieses Fokus auf diesem Muskel kannst du ihn besser beanspruchen. Hast du viel mehr Erfolg dann entsprechend mit diesem Muskel. Was denn auch immer dieser Muskel ist, ob dieser Muskel dann zum Beispiel das Frauenansprechen ist, den du aufgebaut hast. Das ist ganz normal. Also das ist eine Lüge von Balance, die wir da, die wir glauben, irgendwie eine Work-Life-Balance zu haben. Das ist etwas, was wir anstreben. Aber wenn wir ein gewisses Ziel erreichen wollen, dann müssen wir außerhalb der Balance sein. Das heißt nicht, dass wir immer außerhalb der Balance sind. Exakt. Aber für diesen Bereich, für diesen Zeitpunkt. Ganz genau, ganz genau. Deswegen habe ich angefangen mit den Worten, das ist das Kapitel, in dem du dich jetzt gerade befindest. Das ist die Phase, in der du dich befindest. Weil die Balance, die wird wiederhergestellt. Im Laufe deines Lebens wirst du eine Balance haben. Aber dieser Anspruch, es muss jederzeit in Balance zu sein, ist nicht gesund. Was heißt denn, es muss immer in Balance sein? Das heißt, dass du jederzeit alle deine Lebensbereiche perfekt handeln können müsstest. Ja, Mist. Aber dann hast du ja jetzt schon dein ganzes Leben falsch gelebt. Dann wächst ja halt auch nichts. Also wie denn auch? Wie denn auch? Weil du hast ja, weil du Defizite hattest in dem einen Bereich, Liebe, Partnerschaften, hast du dich so sehr auf einen anderen Bereich fokussiert. Oder weil du so gut warst in dem Bereich Beruf, hast du einfach die anderen Bereiche schleifen lassen. Also wie du es machst, ist dann verkehrt oder was? Also soll ich doch kein Gas geben in meinem Beruf? Soll ich doch nicht eine gute Karriere anstreben? Weil ich sollte doch alles in Balance sein. Wir hören so vielen Ratgebern und schlauen Meinungen zu, wenn diese schlauen Meinungen dir sagen, dass du nicht gut genug bist, dass du noch besser sein musst, dass du noch mehr machen musst, dass du bisher alles falsch gemacht hast. Dann hören wir zu. Aber was ist, wenn uns ein Ratgeber sagt, du, was du jetzt gerade schon kannst und bist, ist auch schon genug. Hab keine Angst, dass du deinen Job verlieren könntest, weil du, den hast du dir aufgebaut nach all der Zeit. Selbst wenn du den verlieren würdest, könntest du auch wieder einen neuen finden, mit dem du mindestens genauso glücklich wärst. Du brauchst keine Angst haben, auf diese Frau zuzugehen, weil schau mal, wie wertvoll du jetzt schon bist. Und außerdem, am Ende deines Lebens, willst du dann lieber sagen, wenn du dann irgendwann in deinem Stebbebett liegst, dass du dann auf dein bisheriges Leben zurückblickst, auf alle Kapitel, die bisher waren und du sagst, Mann, ich bin echt froh, dass ich mich so abgesichert habe und mit kaum Menschen geredet habe. Ich bin echt froh, dass ich keine Risiken eingegangen bin. Und ich bereue nichts, weil ich nichts gewagt habe. Habe ich auch nichts falsch gemacht. Also das denkt doch kein Mensch. Wir bereuen immer die Dinge, die wir eben nicht versucht haben, die wir nicht gewagt haben. Und wenn diese Entscheidung dasteht, möchtest du lieber ein Leben leben, wo du zum Schluss sagst, ich bereue so viel, weil ich es nicht gewagt habe. Oder möchtest du ein Leben leben, wo du sagst, ich habe wenigstens Sachen gewagt. Die Dinge, die nicht geklappt haben, die habe ich schon längst wieder vergessen. Wenn diese Entscheidung klar steht, das ist eine Entscheidung, die du jetzt heute treffen darfst. Wenn dir klar ist, dass du lieber Letzteres als dein Lebensziel hast, wenn du stirbst, dass das dann ein Leben ist, in dem du Dinge gewagt hast und erlebt hast und ein Abenteuer geschrieben hast, auf das du mit Stolz und einem Lächeln im Herzen zurückblicken kannst, dann werden solche Situationen einfach nichtig, in denen das Schlimmste, was passieren kann, ist, sie mögen mich nicht, ich gehe ihnen auf den Keks oder es wird peinlich für mich. Das ist einfach ein, also im Englischen sagt man choose your poison, wähle dein Gift, weil irgendein Gift müssen wir schlucken. Wenn es jetzt das Gift ist, dass du in diesem einen Moment es vielleicht peinlich ist, schlucken musst, dann ist das vielleicht dieses Gift. Aber die Alternative, mein Lieber, die dir nicht bewusst ist, in diesem einen Moment, wo du dich dann davor zurückhältst, auf diese Frau zuzugehen oder zurückhältst, deine Bedürfnisse auszusprechen oder davor zurückhältst, sie zu küssen, die Alternative ist die Reue am Ende deines Lebens, die so schwer auf deinen Schultern lasten wird. Und das wissen wir. Wir machen uns das nicht bewusst genug, aber es ist klar, das ist die Weisheit der Alten, das haben Menschen uns schon seit tausenden von Jahren gesagt, was sie bereuen, wenn sie irgendwann von uns gehen. Das wissen wir auch intrinsisch von unseren eigenen Erfahrungen. Also wenn diese Entscheidung klar ist, dann sind diese Fragen einfach nichtig. Soll ich jetzt hier etwas Peinliches probieren oder nicht? Das ist einfach egal dann, weil das grundlegende Ziel einfach ein größeres ist, ein Leben zu leben, mit dem du nachher mit einem Lächeln zurückblicken kannst. Und damit ist es dann auch nicht die Balance, die in Gefahr ist, jetzt gerade. Weil die Balance kannst du ja nur finden, wenn du dich auf die Reise begibst und das herausforderst, was du jetzt gerade noch nicht kennst. Und dabei bist du überhaupt nicht in Gefahr, das zu verlieren, was du schon längst hast, mein Lieber. Die Gefahr gibt es nicht. Ich sage es nochmal, du bist nicht in Gefahr, das zu verlieren, was du schon längst hast. Du bist aber massiv in Gefahr, die Erfahrung nicht zu machen, zu der du geboren wurdest, sie zu haben. Die Gefahr ist sehr real, dass du zum Schluss dein Leben bereust. Lass uns mehr Erfahrungen sammeln. Die Balance, die kommt durch die Erfahrungen. Durch die Erfahrungen lernst du dann, das tut mir gut, jetzt habe ich so viele neue Freundschaften, ich habe Menschen um mich herum, die mich schätzen, die wirklich zu meinen Werten passen. Ich kann aus diesen Frauen, die ich kennengelernt habe, wirklich wählen. Und von den Menschen, die ich entlang des Weges kennengelernt habe und von denen ich festgestellt habe, dass sie doch nicht zu mir passen, und da bin ich wenigstens dankbar für die Kapitel, die ich mit ihnen erlebt habe. Aber es hat halt nicht für die lange Frist gereicht. Und das ist auch okay. Wir sind dann so dankbar für das, was wir erreicht haben, dass wir das, was wir nicht mehr haben, das rückt einfach in den Hintergrund. Es hat trotzdem seinen Stellenwert, aber es ist nicht mehr so wichtig. Es sind immer die Menschen, die so sehr Angst haben, auf andere Menschen zuzugehen, die gleichzeitig super große Probleme damit haben, jemanden loszulassen. Das geht Hand in Hand. Wenn du ein Problem damit hast, jemandem Hallo zu sagen, hast du auch ein Problem damit, jemandem Auf Wiedersehen zu sagen. Also dich von jemandem zu verabschieden, weil er nicht zu dir passt oder weil er jetzt einfach eine Pause voneinander braucht. Und es geht gleichzeitig. Weil du ihn auch nicht verletzen willst. Ja, weil du ihn nicht verletzen willst. Und diese Abhängigkeiten, die du dich begibst, sowohl beim Ansprechen, in der bist du auch beim Loslassen. Also wenn du bei dem einen besser werden möchtest, dann darfst du dich bei dem anderen ins Gefecht stürzen. Lern mehr Menschen kennen. Diese Fragen, auch mit dem Job immer wieder, die Frage mit dem Job, ich könnte meinen Job verlieren, wenn ich jetzt irgendwie zu viel Zeit darauf investiere, Frauen kennenzulernen oder sowas. Das ist nur ein Gedanke, der jemand hat, der im Mangel lebt, weil er denkt, dass er nicht gut genug ist, um wieder genau denselben Job zu finden. Die Gefahr ist überhaupt nicht gegeben. Die ist nicht gegeben. Du wirst deinen Job deswegen nicht verlieren, wenn du dir jetzt mehr Auszeit gönnst. Wenn du dir sagst, hey, jetzt ist Feierabend, jetzt will ich mich auch mal um mich kümmern und es macht mir Spaß, mich um mich zu kümmern. Da ist überhaupt keine Gefahr gegeben, dass du deinen Job verlierst. Aber wenn du dir diese Sorgen machst, dann ist das genau dieselbe Angst, die du auch hast, wenn du eine Frau kennenlernst. Oh, ich könnte es mir ja hier verbauen mit ihr. Bloß nichts falsch machen. Und dann veränderst du wieder deine Gewohnheiten und machst ihr Sachen recht und tust nicht mehr das, wovon du weißt, was es dir gut tut. Vernachlässigst Männerfreundschaften oder die guten Gewohnheiten des Flirtens, weil du sagst, naja gut, jetzt habe ich ja meine Partnerin gefunden, jetzt kann ich alle meine weiblichen Freundinnen ignorieren. Nee. Jetzt kann ich das Flirt mit anderen Menschen wieder sein lassen. Nee. Nee. Das ist doch eine Gewohnheit, die dich dahin gebracht hat. Also wäre es doch schlau, diese Gewohnheit weiterzutragen. Das heißt nicht, dass du fremdgehen musst. Es heißt einfach nur, jeden Tag stehen wir auf und putzen uns die Zähne. Wir machen das nicht, weil unsere Zähne gerade verrotten. Wir machen das, weil wir wissen, dass wir so verhindern, dass sie irgendwann verrotten. Es ist eine gute Angewohnheit, die präventiv agiert. Genauso ist es auch, mit Menschen zu reden, sozial zu sein, zu flirten, zu lachen, sie zum Lachen zu bringen, emotionalen Wert zu kreieren, in die Tiefe zu gehen, Unabhängigkeit zu spüren, weil du dich für die Unabhängigkeit entschieden hast. Und die hast du dann sowohl bei Frauen als auch bei Männern, als auch im Job. Ja. Ich wollte eigentlich... Weil sich auch die Frau so kennengelernt hat, als derjenige, der auf Menschen zugeht und sie anspricht und so weiter, falls du das halt schon gemacht hast. Da lernt sie dich halt so kennen und dann plötzlich machst du das nicht mehr. So auf Mal bist du... Oder sie lernt dich kennen als... So angenommen, ihr lernt euch in einer Bar kennen oder auf einer Party und so weiter. Und sie lernt dich halt so jemanden kennen, als so jemanden, der einfach locker auf Menschen zugeht. Egal, ob du das jetzt gelernt hast oder ob da ein bisschen Alkohol im Spiel war. Aber sie hat dich als jemanden gelernt, der offen ist. Und dann seid ihr in einer Beziehung und auf Mal bist du nicht mehr offen. Auf Mal hängst du nicht mehr mit deinen Jungs rum. Obwohl du das halt vorher gemacht hast. Das ist halt einfach dann eine andere Person, die sie kennengelernt hat. Und klar, natürlich irgendwie, die weibliche Energie sucht halt nach dem Schutz, auch dem Schutz des Labels von einer Beziehung und so weiter. Das heißt aber nicht, dass wir das geben müssen im Sinne von ich bin jetzt hier 100% für dich da, du hast mich erlegt. Im Prinzip wäre das so, als ob der Höhlenmensch von damals einen Mammut gejagt hat und das Mammut dann gejagt hat. Okay, nimm mich und für den Rest meines Lebens hast du mein Fleisch, damit du nicht wieder jagen musst. Das ist halt auf beiden Seiten so. Also wir brauchen halt die Tiefe, die Sicherheit, aber wir brauchen auch die Leichtherzigkeit und die Offenheit. Das sind quasi wie zwei Flügel, die beiden Flügel eines Vogels. Er braucht beides, um zu fliegen. Wir brauchen entsprechend den Schutz, aber wir brauchen aber auch die Offenheit, die Neugier, das Herausfinden, wie groß die Welt eigentlich ist und wer überall auf dieser Welt existiert und so weiter. Aber jetzt gehe ich hier sehr viel in Philosophie rein. Ich wollte es gar nicht unterbrechen. No, no. Es ist das Zerdenken. Also ich habe jetzt das Video begonnen mit genau, also die Podcast-Folge begonnen mit genau dieser Warnung vor dem Zerdenken. Ich wollte gar nicht, gar nicht, dass das Horrorszenario als realistisch darstellen, dass wenn du dich auf die Reise begibst, dass du dann all deine anderen Lebensbereiche vernachlässigen musst. So ist es halt nicht. Ich wollte damit sagen, dass wenn du dich auf die Reise begibst und du Angst davor hast, dass deine anderen Lebensbereiche dadurch leiden werden, dann kannst du dem Prozess vertrauen, ganz entspannt sein, weil es wird nichts geschehen, womit du nicht nachher glücklich sein wirst. Das Worst-Case-Szenario ist, dass du das, was dir jetzt gerade nicht gefällt als Ergebnis, aber wo du dich gewagt hast, wo du dich was getraut hast. Das Worst-Case-Szenario ist, dass du dann am Ende deines Lebens darauf zurückblickst und diese eine spezifische Sache vergessen hast, aber du ein Gefühl von Stolz in deinem Herzen hast, weil du es wenigstens probiert hast. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also das ist das Gift, das ich gerne schlucke. Und diese Entscheidung ist einfach so wichtig, weil wir gehen von diesem Horrorszenario aus, was könnte alles schief gehen, was könnte alles schief gehen, wenn ich mich nicht mehr hier rum kümmere oder wenn ich meinen Job vernachlässige, wie gesagt, oder wenn ich halt wenn ich dieser Frau vor den Kopf stoße, weil ich irgendwie zu aneckend war oder weil ich weil ich sie angesprochen habe und sie sich gestört gefühlt hat. Oder du redest mit einer Arbeitskollegin und du weißt nicht, wie du die Signale erkennst, dass sie dich doch mehr mag als nur ein Arbeitskollegen und deswegen wagst du auch dort überhaupt nichts und es bleibt einfach stehen in eurer in eurer Kennenlernphase. Das Schlimmste, was dort passieren kann, ist nicht das Ende der Welt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du eine Erfahrung machst, die wertvoll war, aus der du lernst und die dich im Langfristigen einfach deutlich näher an dein Ziel bringt als diese beschissene, Gottverdammte Stagnation, die du jeden Tag erlebst. Also das ist, das ist die Alternative. Die Stagnation, das Wegefeuer der Gleichgültigkeit. Also das ist doch, das ist doch nicht angenehm. Lieber, das ist auch nicht natürlich. Stagnation bedeutet Tod. Wenn der Baum nicht mehr wächst, dann stirbt er. Ja, ja, ja. Und es ist dieses Zerdenken, es ist immer wieder das Zerdenken, das Zerdenken, was, was uns lähmt. Was uns lähmt, weil wir denken, ich habe noch nicht die Lösung und erst, wenn ich die Lösung habe, dann kann ich agieren. Wir rühmen uns so sehr, dass wir, dass wir das Land der Dichter und Denker sind und haben aber nicht verstanden, was Nachdenken eigentlich per Definition ist. Es kommt von Nachdenken, nicht Vordenken. Das heißt, erst machen wir die Erfahrung, dann reflektieren wir, denke nach, lern was daraus und machen es nächstes Mal besser. Es heißt nicht Vordenken, weil dann müsstest du definitiv jedes Mal alles zerdenken, bevor du überhaupt agierst. Aber wann würdest du dann, wann würdest du wissen, wann der Moment gekommen ist, zu agieren, wenn du die ganze Zeit noch den restlichen nächsten kleinen Prozentsatz versuchst zu zerdenken und die Weltformel vorher zu lösen, bevor du dann sie anwendest. Dann wirst du ewig stagnieren. Es heißt aus gutem Grund Nachdenken und nicht Vordenken. Und wenn wir Vordenken und meinen nachzudenken, dann ist es eigentlich Zerdenken. Ja, und wir können das auch einfach spüren an uns. Ist dieses Denken, ist dieses Denken gerade, bringt mich das in eine bessere Stimmung? Also fühle ich mich dadurch leichtherziger, leichter? Fühle ich mich dadurch freudvoller? Oder fühle ich mich dadurch ängstlicher? Und vielleicht sogar schuldiger? Oder schäme mich vielmehr? Oder denke vielleicht sogar, oder fühle vielleicht sogar, dass absolut nichts mehr Sinn macht? Da haben wir direkt den, wie sagt man, Test, das ist so ein Test aus dem Chemieunterricht, um zu schauen, ob das ein gewisser pH-Wert hat. Aber auf jeden Fall, das ist der Test, wo wir direkt herausfinden, ob wir gerade entsprechend nachdenken, also entsprechend ein positives Feedback daraus ziehen und zu sehen, okay, ich habe jetzt gerade das gemacht. und interessant, das hat mich so weit geführt, anscheinend kann ich hier und da noch was ändern oder denke ich halt so, okay, ich muss noch daran denken und ich sollte noch dies und das tun und auf gar keinen Fall darf ich das machen und so weiter. Das lähmt halt nur. Das ist absolut, absolut Stress. Und ich wollte gerade noch mal, das passt gerade dazu, ich wollte gerade noch auf einen Punkt, so auf den Jobverlust eingehen und da möchte ich gerne überleiten zu einem Punkt, den wir auch schon mehrfach angesprochen haben, in unseren 111 Episoden mittlerweile mehrfach angesprochen haben, aber den ich glaube, den du als Zuhörer ganz bewusst überhörst, deswegen möchte ich ihn gleich noch mal ansprechen. Das ist der Punkt der Schuld. Aber da komme ich gleich drauf. Also erstmal noch mal zum Thema Jobverlust, um dir da auch noch mal die Angst zu nehmen. Es gibt ein universelles Gesetz, das nennt sich Parkinsonisches Gesetz und dieses Gesetz besagt, dass wenn wir einer Sache einen Raum geben, dann wird dieser Raum sich auch füllen. Das kennst du mit Deadlines. Du hast eine Deadline zum Beispiel damals, oder wenn du noch Student bist, dann hast du bis dahin eine Hausarbeit zu schreiben, eine Bachelorarbeit zu schreiben. Wie lange dauert das, bis die Bachelorarbeit fertig ist? Oftmals kurz bevor Ende der Deadline. Warum? Du kannst sie am ersten Tag, wenn du weißt, ich habe die zu schreiben, du kannst sie am ersten Tag schreiben und fertig machen. Das ist absolut 100% möglich. Tust du aber nicht. Warum nicht? Weil du die Zeit hast. Weil Parkinsonisches Gesetz sagt, der Raum füllt sich. Das gleiche kennst du, wenn du irgendwie gerade in eine größere Wohnung gezogen bist und du hast plötzlich einen kompletten Schrank frei. Der ist leer. Du hast keine Sachen, die du da reintun kannst. Sechs Monate später ist der Bums voll. Warum? Parkinsonisches Gesetz. Raum, wenn wir einen Raum haben, dann wird der sich füllen. So, das gleiche, das gleiche gibt es halt nicht nur auf zeitlicher Deadline-Ebene und auch auf räumlicher Ebene, sondern auch auf mentaler und emotionaler Ebene. Wenn du ein gewisses Level an Einkommen hast, dann wirst du von mir aus auch nach einem Jobverlust wieder auf dasselbe oder plus minus 10% auf ein ähnliches Level kommen. Weil du diesen Raum schon hast, diesen mentalen Raum, dass das mit deinem Einkommen gefüllt werden kann. Wenn du einen gewissen Raum für Beziehungen hast, für deinen Job, was auch immer, so und so muss das aussehen. So und so, das ist mein Jobschrank, mein Relationship, mein Beziehungsschrank, der wird gefüllt sein. Und wenn, das heißt, die Nachricht dahinter ist einfach, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, weil das universelle Gesetz besagt, dass sich dieser Raum füllt, ohne unser Zutun. Wenn wir ganz bewusst Dinge zutun wollen, dann führt das zu mehr Stress. Das kennst du bei einer Deadline. Oh, ich muss jetzt unbedingt daran arbeiten und ich muss das unbedingt noch perfekt machen. Oder wenn du unbedingt sagst, also das macht ja halt keiner. Ich brauche unbedingt Sachen, die ich in diesem leeren Schrank tun kann. Macht ja keiner. Und wenn du halt dann versuchst, am Grashalm zu ziehen, weil du ungeduldig bist, wird das nur dafür sorgen, dass du schlechtere Ergebnisse bekommst. Im Job, in Beziehungen, was auch immer. Und diese, also dieser Raum, der füllt sich ohne dein Zutun. Und die gute Nachricht dahinter ist, oder die zweite gute Nachricht dahinter ist, wenn du den Raum, also wenn du mit diesem Raum nicht okay bist, dann kannst du ihn ganz bewusst vergrößern. Dann achtest du da drauf, was kann ich tun, um diesen Raum zu vergrößern? Was kann ich tun, um einen besseren Job zu bekommen? Was kann ich tun, um eine Freundin zu bekommen? Eine Frau in mein Leben zu ziehen? Frauen in mein Leben zu ziehen? Dann sind das bewusste Dinge, die du tun kannst. Aber das Leben, das Universum wird automatisch diesen Raum, den du hast, füllen. Und damit will ich gerade nochmal überleiten zu dem Punkt Reue oder Schuld. Also weil wir auch gerade Reue angesprochen haben. Reue ist eine Kombination aus Angst und Schuld. Und Schuld ist eine der niedrigsten Bewusstseinsebenen, die wir als Mensch haben. Und ich möchte, dass du gerade nochmal ganz bewusst zuhörst, weil wenn du verstehst, wo du überall Schuld dir selber gibst und Schuld suchst und dann merkst, also wenn du merkst, wo du das machst und dann das Ganze mal bewusst änderst, bewusst andere Gedanken denkst, wird sich dein Leben radikal ändern. Jedes Mal, wenn du einen Satz beginnst mit ich hätte, ich sollte, ich müsste, was auch immer, das ist Schuld. Ich hätte das machen sollen. Ich hätte sie ansprechen sollen. Ich müsste sie jetzt ansprechen. Wenn ich ein besseres Leben haben möchte mit Frauen, dann muss ich doch jetzt auch da hingehen. Das ist alles Schuld. Und ich muss erst einen besseren Job haben, bevor ich Frauen in mein Leben ziehen kann. Das ist alles Schuld. Ich darf mich jetzt nicht mit Frauen beschäftigen. Ich darf mich jetzt nicht irgendwie damit beschäftigen, ein schöneres Leben zu haben. Ich muss doch jetzt arbeiten. Das ist alles Schuld. Wer sagt dir, dass du das musst? Jetzt wirst du sagen, ja, keiner. Das stimmt. Ja, eigentlich sage ich nur mir selber das. Nee. Nee. Da ist etwas, da ist etwas in deinem Kopf, das dir sagt, du musst das machen. Und ich sage dir ganz genau, wer das ist. Das ist ein göttliches Wesen. Aber das ist halt nicht dieses göttliche Wesen. Das ist halt nicht irgendwie die, das gute Selbst in dir, sondern es ist eher so das niedrige Selbst in dir. Du willst dich jetzt mit etwas beschäftigen, was dir mehr Freude in deinem Leben gibt. Nee, 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 mein Freund. Mach lieber erst etwas, wo du mehr leidest. Weil wir glauben, wir haben ein, das ist so verrückt. Wir glauben, dass wenn wir nur mehr leiden, wenn wir nur mehr Energie aufwenden, wenn wir uns nur noch mehr auslaugen in unserem Leben, dann werden wir von irgendeinem göttlichen Wesen in Zukunft belohnt. Wenn wir diesem göttlichen Wesen, ob du jetzt an einen Gott glaubst oder ans Universum oder fliegende Spaghetti-Monster oder an dein höheres Selbst, alles das Gleiche, alles dasselbe. Völlig egal, welche Vokabel du gerade einsetzt. Wenn du aber glaubst, dass irgendetwas außerhalb dir, weil du dich so sehr aufgeopfert hast, eine Belohnung gibt am Ende deines Lebens oder am Ende dieses Projektes, was auch immer dann dieses Projekt ist, was niemals beendet sein wird, weil wenn wir in Projekten denken, ist das Perfektionismus und Projekt, Jagdprojekt und so weiter. Du wirst niemals diese Belohnung bekommen. Und dann denkst du, okay, da muss ich mich noch mehr aufopfern, mehr auslaugen und so weiter. Und dieses Aufopfern, Auslaugen, das fühlt sich so gut an, obwohl es sich nicht gut anfühlt, aber es fühlt sich gut an, dass wir uns auslaugen, weil wir dadurch denken und dann immer mehr bestätigt bekommen, je mehr ich mich auslauge, je weniger Energie ich habe, je mehr ich mich aufopfer, je mehr ich weniger meinem Wunsch folge, je mehr ich weniger meinem Herzen folge, desto mehr werde ich nachher belohnt. Wir glauben an irgendeine Belohnung hinterher, aber die Belohnung wird halt nicht kommen. Und das ist dann der Punkt, wo wir dann immer mehr anfangen zu bereuen, zu bereuen, zu bereuen. Und je mehr wir bereuen, desto größer wird unsere Schuld, unser Schulddenken. Ja, jetzt hätte ich das mal machen sollen, weil je mehr wir bereuen, je mehr wir bereuen, die Frau nicht angesprochen zu haben, je größer ist der Widerstand, dass wir das nächste Mal dahin gehen. Weil wir bringen halt schon Reue mit. Wir sagen dann, okay, ich habe die letzten 20 Frauen nicht angesprochen, jetzt muss es aber klappen. Schuld. Jetzt muss es klappen. Ich müsste es doch jetzt schaffen. Wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich nichts wert. Dann bin ich kein guter Mann. Dann bin ich kein guter Mensch. Das heißt, wir bringen schon eine gewisse Schuldbarrikade mit, eine gewisse Schwere mit, die einfach nur dafür sorgt, dass wir viel zu wenig Lebensenergie ausstrahlen und charismatisch sind. Und Charisma ist Lebensenergie, die wir an andere Menschen verteilen können, wenn wir es einfach mal unterm Strich ausdrücken. Wir haben dieses Charisma nicht und dadurch kann die Frau einfach nicht auf dich positiv reagieren, weil du die ganze Zeit an Schuld denkst. Du glaubst, du musst dich auslaugen. Und das ist so wichtig. Spul nochmal zurück. Ich weiß, das war abstrakt, aber das ist einfach nur abstrakt, weil dein Ego das nicht hören möchte. Das ist eine profunde, tiefe Wahrheit, die da drin steckt. Hör auf, dich auszulaugen. Hör auf, dich aufzuopfern. Du bist kein Held, wenn du dich aufopferst. Du bist ein Opfer, wenn du dich aufopferst. Dir wird niemand am Ende deines Lebens, am Ende eines Projektes, was auch immer, eine Plakette geben, einen goldenen Pokal überreichen und sagen, schön, dass du nicht nach deinem Herzen gelebt hast. Das Gegenteil wird passieren. Du wirst ganz alleine sterben. Hör auf, dich aufzuopfern. Du kannst nicht oft genug sagen. Ja, man, das ist das Worst-Case-Szenario, wenn wir eben nicht handeln, wenn wir eben weiterhin zerdenken und aus irgendwelchen moralischen Vorstellungen vielleicht sogar unser Zerdenken dann auch noch legitimisieren und sagen, ja, ja, nee, nee, es ist gut, dass ich jetzt nicht handel, weil, wie du sagst, Dominik, weil es das moralisch Richtige ist. Selbst wenn wir diesen Gedanken nicht bewusst haben, es ist, ich habe da heute drüber nachgedacht, da hast du auf jeden Fall recht, Dominik, wir haben, gerade im westlichen Kulturkreis, sind wir, auch wenn wir nicht christlich erzogen wurden, aber die christliche Prägung, dieser, diese hohe moralische Stellung, die Selbstaufopferung hat, durch die Selbstaufopferung von Jesus und dann natürlich auch der ganzen Apostel danach, von den zwölf Jüngern sind elf den Märtyrer-Tod gestorben und dann auch danach, die nächsten Jahrhunderte, da hat sich ein richtiger Kult gebildet aus Märtyrern und je näher du diesem Märtyrer-Tod gekommen bist, desto näher warst du dann irgendwie bei Gott. Das hat kulturelle Spuren hinterlassen, Leiden als Tugend und meistens denken wir halt nicht weiter als das, wir nehmen einfach nur diese Tugend wahr, Leiden als Tugend, okay, Unterbewusstsein, wenn ich leide, dann mache ich wohl was richtig, aber wir setzen uns damit nicht differenziert auseinander und vor allem nicht in der Erfahrung, weil das ist, was ich meinte mit choose your poison, wähle dein Gift, weil ja, Leiden kann eine Tugend sein, aber nur wenn es die richtige Art von Leiden ist. Okay, was ist die richtige Art von Leiden? Naja, ganz einfach, du hast immer die Wahl zwischen dem Schmerz des Erleidens, des Machens und während des Machens tut es weh und du hast die Wahl zwischen dem Schmerz des Nicht-Machens, aber später Bereuens. Beides ist Leiden. Weil wir aber so unweise sind und so viel Angst haben, erleiden wir immer den Schmerz der Reue und denken, ja, das Leiden ist unterbewusst, das Leiden ist halt irgendwie tugendhaft, aber das ist es nicht. Es wäre tugendhaft, es wäre nobel, es wäre auch moralisch richtig, für sie ein Geschenk zu sein, wenn du dich traust, wenn du dich überwindest, wenn du mutig bist, wenn du nur zwei Sekunden mutiger bist als die anderen und dich es einfach mal traust und dann diesen Schmerz des Machens fühlst, den Schmerz der Überwindung, dieses Leiden, das ist tugendhaftes Leiden. Hut ab. Das ist, wo alle Menschen auch einfach denken, boah, ich wünschte, ich könnte das auch. Mann, der hat irgendwie Mut, das ist schon bemerkenswert, da möchte ich mir eine Scheibe von abschneiden. Das ist die richtige Form, die richtige Form des Leidens. Das ist die Form des Leidens, für die du, für die du eine langfristige Genugtuung spüren wirst. Aber ja, diese Erfahrung, die machen wir nur in, wie der Name schon sagt, in der Erfahrung, im Tun, im Handeln, nicht im Selbstkastein und sich dann einreden, ich habe es ja so schlimm, weil ich so schüchtern bin oder weil die Frauen heutzutage sowieso online so viel Auswahl haben und deswegen bla, 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 bla. Das ist kein tugendhaftes Leiden. Das ist auch, das ist ja, wie du sagst, das Opfer-Opfer-Dasein. Das ist, wo in mir einfach auch eine Abneigung gegenüber diesem Verhalten herauskommt, was auch bei Frauen rauskommt. Wir Menschen finden es einfach inhärent unattraktiv, wenn jemand seinen Status Quo als ich kann nichts dran ändern akzeptiert. Ich kann nichts dran ändern. So, ich versuche es gar nicht erst. Ist unattraktiv. Das heißt nicht, dass du immer alles ändern musst und immer Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Nein. Aber wann der Punkt gekommen ist, wo du sagst, okay, jetzt habe ich so sehr Gas gegeben, jetzt habe ich mir auch mal eine Pause gegönnt und jetzt mache ich mal wieder einen ruhigen. Den Punkt darfst du halt erst mal erreichen. Wenn du dich gar nicht erst auf die Reise begibst zu diesem Punkt, weil du jetzt schon sagst, soll ich etwa mein Leben lang hustlen, 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 ich werde es lieber gar nicht erst machen. Das ist einfach Faulheit, Ausreden, Ego, all die schlechten Dinge, die dich einfach später dein Leben bereuen lassen, die dich sogar jetzt dein Leben bereuen lassen. Es ist okay, dich mal zu verausgaben. Es tut gut, sich mal zu verausgaben. So wächst, so wächst ein Muskel, wenn er erschöpft wurde. Natürlich braucht er danach die Ruhephase, um zu wachsen. Aber er muss erst mal so angestrengt werden, so angeregt werden und erschöpft sein, dass er dann in der Ruhephase wächst. Das wissen Fahrradfahrer, das wissen Fußballer, das wissen Kraftsportler. Diese Menschen haben auch üblicherweise alle die Erfahrung gemacht, dass Disziplin sich auszahlt. Und diejenigen, die die Erfahrung nicht gemacht haben, die reden sich dann ein, die haben Glück. Bis Genetik oder was auch immer. Ja, das ist einfach, weil die das Geld haben. Deswegen stehen ja auch die Frauen und so weiter. Das ist alles so ein Käse, so ein Quatsch. Aber du kannst dich halt darauf konzentrieren. Und dann kriegst du halt diese Ergebnisse. Dann trainierst du halt diesen Muskel. Cool. Du kannst halt auch die Energie aufwenden und einen anderen Muskel trainieren und damit ein schöneres Leben haben. Ja, das ist die erste Frage, die dann vielleicht instinktiv dann kommt, ist, ja okay, also mehr machen. Aber Andi, ich will ja das Richtige machen. Ich will ja nicht immer wieder gegen die Wand rennen. immer wieder Fehler machen. Schau mal, ich habe heute ein Gespräch mit einem unserer Klienten gehabt und ich habe ihm gesagt, mir ist es tausendmal lieber, du ignorierst alles, was wir sagen. Du scheißt komplett auf alle Leitfäden, die du von uns bekommst. Du machst 100% dein eigenes Ding, machst aber, machst Erfahrungen und hast so Ergebnisse, als dass du dir alles anhörst von uns und die Podcasts in- und auswendig kennst, aber nicht handelst, weil du denkst, ich habe es noch nicht 100% geschnallt. Ich muss noch den perfekten Plan haben, bevor ich mich dran wage. Nee, also du bist hier nicht bei uns, damit wir unser Ego streicheln können. Boah, wir sind solche tollen Coaches, guck mal, wir sind auf YouTube. Das ist nicht der Ego ist tausendmal mehr gestreichelt, wenn ich mir diese Fotos hinter mir anschaue von den glücklichen Kunden. Das streichelt mein Ego. Wenn ich solche Gespräche habe, wie jetzt diese Woche mit dem Milad, der hier unten da, das Foto, nein, nicht das Foto, warte, ich muss hier rückwärts schauen, eins, zwei, drei, ja genau, das Foto, der die Frau auf dem Berg angesprochen hat. Ich habe in meinem TEDx Talk darüber gesprochen, falls du ihn noch nicht gesehen hast, dann kannst du einfach mal auf YouTube schauen. Andy Friday TEDx, da spreche ich über diese Geschichte unter anderem ganz zum Schluss. Super, super geile, mutige Geschichte der Selbstüberwindung, wo alle anderen neidisch waren und er hat die Frau erobert. An einem Berggipfel. Wunderschöne Geschichte. Und mit dieser Frau ist er immer noch zusammen. Und wir haben jetzt gerade wieder telefoniert oder mit Markus, der jetzt gerade live gegangen ist in der Gruppe. Du hast sie auch gesehen. Dominik, der erzählt hat, ich habe diese Woche jeden Tag ein Date. Der Mann, der hat früher nie ein Date gehabt, kam dann zu uns, hat als erstes mal eine Partnerin gewonnen durch das Coaching und hat dann in den kommenden Jahren danach im Laufe dessen gemerkt, Alter, ich wachse immer mehr, ich wachse immer mehr, von den Werten her passt das noch nicht ganz, ich darf jetzt noch ein bisschen mehr Erfahrungen sammeln und mir dann die richtige aussuchen. Und jetzt ist er gerade in dieser Phase, wo er Erfahrungen sammelt. Sei es ihm gegönnt. Und so wird er die richtige finden. Und jetzt hat er das Bericht gesagt, jeden Tag habe ich ein Date, wie zur Hölle passiert das? Die Tiefe, die ich bei euch gelernt habe, das Flirten, das ich bei euch gelernt habe. Und er hat auch mehrere andere Coachings gemacht, er hat gesagt, niemand kommt da ran, wie wir das beibringen. das streichelt mein Ego, weil dieser Mann liefert einfach Resultate. Das ist geil. Tausendmal geiler, als dass du dir hier diese Folgen anguckst und dann sagst, Andi, ich habe jede Podcast-Folge gehört. Bringt mir auch nichts. Bringt dir halt nichts. Wenn es dir nichts bringt, bringt es mir auch nichts. Bitte nutz das und wende es an. Du lebst nur einmal. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt von Martin, der zu uns ins Coaching kam. ich habe das vor einigen Folgen erzählt, aber warum nicht nochmal? Super viele Schwierigkeiten hatte, dann kam er zu uns, wollte es angehen, hat auf einmal angefangen, mehr zu strahlen, hat berichtet, wie Leute, die er gegrüßt hat auf der Straße, ihn zurückgegrüßt haben, wie Frauen jetzt ganz anders reagieren und dann hat er ein Erlebnis mit einer Frau und eine spontane Begegnung für die er so dankbar war, dass er halt nicht wiederzuerkennen war, wie mit seinem allerersten Bericht und dann haben wir eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Wir haben nachgefragt, nachgefragt, nachgefragt. Was denkst du, was ist passiert? Der Mann ist gestorben und er war Mitte 30 und so Sachen können so schnell passieren. Was bringt dann dieses ganze ekelhafte Zerdenken? Das kotzt mich selber an, dieses Zerdenken, weil ich ja, ich kenne es ja, ich bin ja genauso wie ihr. Ich habe mein Leben lang alles zerdenkt, zerdacht. Ich habe die Frau kennengelernt, von der ich gedacht habe, sie wäre meine Auserwählte, meine Seelenpartnerin, habe das Ganze komplett zerdacht, habe mir nur in meinem Kopf Sachen vorgestellt, wie wir dann zusammen heiraten werden und dann irgendwann habe ich dann gesagt, du, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt und sie hat geantwortet, Andi, ich sehe dich nur als Freund. Zerdenken war die Hölle und danach war natürlich das Heulen und die Scham und, aber wenigstens bin ich ein romantischer Kerl und oh Mann und ich muss nur dranbleiben und dann irgendwann kommt die richtige. Das hat mich nirgendwo hingebracht, weil ich habe immer wieder dieselben Erfahrungen gemacht und immer wieder haben mir Frauen gesagt, du, ich sehe dich nur als Freund, bis ich dann irgendwann wirklich einfach mal entschieden habe, ich höre jetzt mal auf mit meinen komischen Hollywood Vorstellungen von Liebe und Romantik auszusehen hat, das Ganze, das hat mich bisher nicht weit gebracht, das heißt nicht, dass es falsch ist, es heißt nur, ich verstehe es offensichtlich nicht, weil irgendwas mache ich falsch und ich habe mich auf die Reise begeben, Frauen zu verstehen, Verführung zu verstehen, Flirten zu verstehen und habe mir dafür fünf Jahre gegeben, ich habe genau gesagt, von 20 bis 25 und habe mir die Zeit gegönnt und genommen, ich habe gesagt, von 20 bis 25 kommen Frauen dran, da möchte ich einfach Liebe verstehen, ich möchte imstande sein, eine Frau zu opern, ich möchte imstande sein, einen Raum zu betreten und zu wissen, dass ich attraktiv bin, weil ich das in den Resultaten der Vergangenheit einfach wiedergespiegelt gesehen habe und es einfach keine andere Wahl gibt, als du auch herausgefordert hast, da führt jetzt kein anderer Weg dran vorbei, du musst jetzt der Wahrheit ins Gesicht schauen, offensichtlich bist du attraktiv und das ist der Punkt den ich erreicht hat, durch massives Handeln, mit tausenden und tausenden von Frauen geredet, so viele Erfahrungen gesammelt und es ist doch völlig egal, ob du jetzt 40 bist oder 30 oder 50 die Jahre ziehen eh ins Land und dann passierte wie Martin bist du weg ist das wirklich der Preis den wir zahlen wollen im Preis der Reue den bin ich nicht bereit zu zahlen den wenn du den bereit bist zu zahlen dann ist zu teuer du zahlst zu viel musst du gar nicht das ist halt nicht wert gibt auch günstiger indem du dich halt einfach nur mal gerade überwindest weil du bist halt mit deinen Gedanken die ganze Zeit dann bei dir ich sollte dies machen ich sollte das machen und also auch der Punkt schuld den ich gerade angesprochen und du bist halt die ganze Zeit bei dir ich habe Angst davor ich müsste dies und das tun ich müsste doch jetzt schon weiter sein alle meine Freunde haben schon drei Kinder und sieben Häuser gebaut ich müsste das doch jetzt auch haben und damit bist du bei den Gedanken die ganze Zeit bei dir wie egoistisch ist das während vor dir eine hübsche Frau steht warum bist du nicht mit den Gedanken bei ihr und du denkst jetzt vielleicht ja aber ich bin noch mit den Gedanken bei ihr ich will sie ansprechen ich will ihr zeigen dass ich gut genug bin nein das ist immer noch mit den Gedanken bei dir sein wärst du mit Gedanken bei ihr sie schauen sie hat eigentlich ein ganz schön süßes lächeln wer ist das denn ich geh mal dahin ich frag sie mal wer bist du denn hab dich gerade gesehen wer bist du denn dann wärst du mit Gedanken bei ihr dann wirst du offen dafür dann bist du auch interessiert an anderen und das ist ja auch das was also in in einer der der Klassiker der Klassiker der Persönlichkeitsentwicklungs Literatur in Dale Carnegie auf Deutsch wie man Freunde gewinnt im Englischen how to win friends and influence people in einer der ersten Kapitel steht drin wenn du interessant sein willst sei interessiert das ist eine so so profunde Wahrheit du willst interessant sein okay aber was machen halt dann Menschen die ganze Zeit versuchen interessanter zu wirken versuchen sich halt irgendwie mit mehr Status aufzupolieren wollen halt irgendwie das machen Männer so häufig sie machen halt irgendetwas gehen halt ins Fitnessstudio wollen halt einen geileren Job haben wollen mehr Geld verdienen wollen das schnellere Auto fahren und so weiter einfach nur damit sie hoffen dass durch den höheren Status die Frau ihnen etwas abnimmt was eigentlich ihre Aufgabe ist die Aufgabe der Männer ist sie wollen dass die Frau ihnen das ansprechen abnimmt dass die Frau auf sie zukommt Männer laugen sich körperlich emotional so hart aus in ihrem Leben und könnten das alles halt viel schneller und viel einfacher bekommen wenn sie einfach nur auf die Frau zugehen würden was sie eigentlich die ganze Zeit schon machen wollen würden es ist so so das ist ein Preis den Männer zahlen der einfach dumm ist weil die Frau interessiert sich überhaupt nicht dafür ob du jetzt irgendwie einen 75er Bizeps hast ob du einen Oldtimer fährst was auch immer ob du diesen und jenen Job hast die Frau interessiert sich dafür ob du ob du ihr in irgendeiner Form die Sicherheit bieten kannst durch dein Selbstbewusstsein weil Selbstbewusstsein bietet Sicherheit den Menschen die uns nahestehen und ob sie sich bei dir frei enfalten kann Liebe und Sicherheit kannst du ihr das bieten und wir glauben dass wir die Sicherheit bieten können indem wir den krasseren Job haben oder mehr Muskeln und so weiter das sind alles Nebenerscheinungen davon die du aufbauen kannst wenn du wirklich mal an deinem Selbstbewusstsein gearbeitet hast an deinem Selbstwertgefühl gearbeitet hast weil wenn du nämlich glaubst ich muss das machen ich brauche diesen 75er Bizeps um Frauen zu bekommen dann ist das die falsche Kausalität es ist eher in Richtung ich gehe aus wer ich selber bin baue mein Selbstwertgefühl auf und wenn ich dann noch Bock habe dann schaue ich mal was für ein Auto ich fahren möchte ob ich Bock habe auf diesen Job auf den 75er Bizeps und so weiter und dann trainierst du auch anders und dann arbeitest du auch anders dann machst du das nämlich für dich und aus Freude heraus und nicht aus Zwang weil du müsstest weil du hättest sollen es gibt keine wichtigere Reise als die Reise des eigenen Wachstums und wir wachsen nur wenn wir uns außerhalb des Bereichs bewegen der uns bequem erscheint nur dort wachsen wir nur wenn wir außerhalb dieser sogenannten altbekannten Komfortzone uns befinden außerhalb der Komfortzone da beginnt das Leben da beginnt das Wachstum da beginnen die Abenteuer da beginnen die schönen Geschichten an die du dein Leben lang zurückblicken wirst mit deinem lächelnden Gesicht wenn du das Buch deines Lebens öffnest und sagst Mann das habe ich gut gemacht die beginnen außerhalb der Komfortzone die beginnen außerhalb der Gewohnheit des aktuellen Status Quo und das ist ein furchterregender Schritt ja deswegen wage ihn ja so wenige aber genau da kannst du sagen weißt du was wenn alle anderen Angst haben davor dann ist ja eigentlich nur eine einzige Sache wichtig damit ich es schaffe und das ist dass ich das Gegenteil mache von den anderen wenn die anderen sich nicht trauen dann muss ich mich nur trauen wenn die anderen sich zurückhalten dann muss ich es nur wagen und wenn die anderen nicht ihre Bedürfnisse äußern dann muss ich meine Bedürfnisse äußern ich muss einfach nur das Gegenteil machen von dem was alle anderen machen easy peasy ich muss nicht mal den perfekten plan haben ich muss nicht wissen wie es richtig läuft oder dass ich da irgendwelche Sachen falsch mache weil ich habe es ja bisher schon alles falsch gemacht es läuft ja nicht die anderen machen es falsch es läuft ja nicht also gucke ich mir das ab und mache genau das Gegenteil ich wage etwas und ich spüre auch dass es das Richtige ist etwas zu wagen ich habe Angst davor und genau deswegen weil ich Angst habe ist es das Richtige eben weil in mir das beklemmende Gefühl kommt weiß ich das ist genau die Gegend in der ich wachsen werde und deswegen tue ich das Ergebnis ist egal es ist egal es ist komplett egal jeder der denkt das Ergebnis ist doch super wichtig weil wir sind menschliche Wesen und ich brauche Essen Schlafen Sex Nähe bla 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 das sind alles Menschen die mit Scheuklappen so kurzsichtig sind weil sie nur das unmittelbare Ziel vor sich sehen und sie haben nicht die Entscheidung getroffen auf das langfristige Ziel zu blicken auf die Entwicklung auf den Mann zu dem du wirst wenn du der Mann wirst durch diese Entwicklung Schritte wenn du drauf scheißt jetzt sofort Resultate zu haben weil du darauf vertraust dass die Resultate später kommen nämlich nicht von dir Mann aus dem du noch wirst dann wirst du zu diesem Mann der jederzeit Resultate replizieren kann aktuell sind das alles jeder der sagt aber was ist ein Ergebnis die Ergebnisse sind nicht egal das sind alles in der Gegend rumhoppelnde Hasen die einen eigenen Schwanz versuchen zu beißen Gratulation mach noch 20 Jahre so weiter während dessen fall ich 30 Millionen mal auf die Nase und bin dann aber 30 Millionen Lichtjahre weiter als du easy Entscheidung das ist ja auch das alte Ding von Kontext und Content also Kontext der Kontext ist immer wichtiger als der Content als der Inhalt Inhalt bedeutet ich gehe auf die Frau zu und ich muss ihre Telefonnummer bekommen ich muss ein Date bekommen ich muss ein Ziel erreichen das ist Content das ist Inhalt aber viel wichtiger ist die Lernerfahrung das ist Kontext dass du es getan hast daraus lernst du viel mehr über dich über sie über das ganze Thema als wenn du dich mit Scheuklappen auf dieses Ziel begibst ich muss Telefonnummer bekommen weil wenn du das hast wenn du ziel orientiert bist ich muss die Telefonnummer bekommen bist du dann leichtherzig kannst du leichtherzig durch die Gegend spazieren und einfach dann auf eine Frau zugehen und sagen du lass mal Telefonnummer tauschen nee kannst du nicht was machen die Männer die zielorientiert sind ich war selber so deswegen weiß ich ganz genau wie diese Männer sind und ich sehe diese Männer auch wenn ich unterwegs bin die stehen dann zum Beispiel im Club auf der Tanzfläche und schauen sich die ganze Zeit um mit denen kannst du nicht sprechen die haben keine Aufmerksamkeit für die sind zielorientiert die versuchen die ganze Zeit ihr nächstes Ziel herauszufinden welche Frau kann ich ansprechen die versuchen vor allem Dinge zu vermeiden die versuchen zu vermeiden dass Dinge peinlich sind und wenn du dann zum Beispiel auf die Tanzfläche gehst und einfach den Spaß deines Lebens hast dann sagen die dir vielleicht du machst dich ja voll zum Affen oh Gott was für Loser das sind die haben es einfach nicht geschnallt diese kurz und sie dass plötzlich dadurch dass du dich auf der Tanzfläche zum Affen machst und einfach für dich Spaß hast dass plötzlich immer mehr Menschen so deine Nähe suchen immer mehr Frauen irgendwie auch in deiner Nähe tanzen und dann kommen sie aber zu dir dann wollen sie halt auch ein Stück von dem Kuchen abhaben Parasiten das ist so offensichtlich also wie offensichtlicher muss es denn noch sein wenn du zeigst dass du emotional so frei bist dass du auf die Reaktion der anderen scheißt und einfach wirklich dich wohl in deiner eigenen Haut fühlst das äußern kannst nach außen hin nicht wie die meisten dass die sie von außen darauf warten dass sie irgendwelche eindrücke bekommen wie was denkst du von mir was denkst du von mir was denkst du von mir nein mein lieber der kreislauf funktioniert andersrum ich scheiß drauf was sie von mir denkt der bin ich der bin ich Expression nicht Impression das ist wenn Menschen dann anfangen zu sagen meine Fresse ich will eine Scheibe von ihm abschneiden ich will so sein wie warum ist der so frei und das denken dann Frauen mein lieber und dann wollen Frauen auch in meiner Nähe sein alle Frauen dann sprechen Frauen auf dich an dann passiert nämlich das was du die ganze Zeit versucht hast das geilere Haus den Job das geilere Auto den Bizeps zu erreichen dann kommen Frauen auf dich zu weil du nicht im Außen nach etwas suchst was du dir aufpropfen kannst überstülpen kannst weil du glaubst nicht gut genug zu sein sondern du hast erkannt im Inneren heraus dass du gut genug bist und dass du ganz viel zu geben hast dass du nicht brauchst von außen sondern dass du den Menschen das geben kannst und dann werden Frauen auf dich zukommen das Erste was sie sagen wird sein wow ich hab dich gerade hier gesehen du bist auch so eine typische Aussage die du dann hören wirst und dann sagst ich nehm keine Drogen ich nehm nix was soll ich nehm ich bin high on life guck mal alles gut wir sind Menschen wir sind Mann wir sind Frau hier ist Liebe in der Luft hier ist Sex in der Luft lass uns einfach nur frei sein wer bist du dein ich bin Andi viel attraktiver als in der Ecke zu stehen mit einem Bierglas in der Hand und ich bin James Bond Gott das das Bierglas immer so vor der Brust wie ein Schutzschild das ist ein Schutzschild wenn du das Bierglas so hältst das ist ein Schutzschild du versuchst dein Herz zu beschützen dass mich bloß niemand in meinem Unsicherheit bestätigt lieber laufe ich so durch die Welt als so ja dann kriegst du ab und zu mal eine in die Fresse na und tausendmal besser als den Schmerz der Reue zu erleiden lieber den Schmerz des Machens das Ding ist du bekommst ja halt auch du kriegst ja dann auch keinen in die Fresse weil du halt im Vorfeld schon so offen bist dass du halt Einladungen aussprichst dass du Komplimente aussprichst dass du gibst dass du im Gebermodus bist und du bekommst halt nur auf die Fresse wenn du halt hoffst dass es jetzt klappen muss und dann klappt es halt nicht und dann werden deine Hoffnungen wieder enttäuscht und was passieren wird was passieren wird weil ich bin ich liege jetzt auch nicht hier in meiner in meiner Erkenntnis jeden Tag und um und hab mein Ego so im Zaun passiert auf jeden Fall dass sich das Ego wieder meldet und sagt jetzt hättest du doch gerne ein Ergebnis und dann prompt falle ich auf die Schnauze weil ich eben wieder ergebnisorientiert war es passiert passiert immer wieder völlig okay aber was machen wir wenn wir hinfallen aufstehen mein Lieber zurück aufs Pferd es wird passieren und es ist okay dann mach dich auch nicht fertig wenn sich ab und zu mal das kleine Ego wieder eingeschaltet hat ja passiert passiert dem Besten es ist okay wichtig ist dass du weißt was Gewohnheiten sind und wie du die Gewohnheiten wieder aktivierst die dazu geführt haben dass du dich so frei unabhängig und wertschätzend und liebevoll gefühlt hast dass du so agieren konntest dass Menschen in deiner Nähe sein wollten dass du so frei agieren konntest dass du auch einer Frau sagen konntest lass mal Nummern tauschen oder dass du eine Frau sagen konntest gib mir mal deine Hand oder dass du einer Frau sagen konntest schließ mal deine Augen und dass du sie küsst oder dass du mit einer Frau ins Schlafzimmer gehen kannst und mit ihr die Nacht deines Lebens und ihres Lebens erleben kannst und dass du mit einer Frau zusammenkommen kannst und dass du auch die Eier hast mit einer Frau dann zusammen für den Rest deines Lebens dich zu entscheiden dass sie die richtige ist das erfordert alles dieselbe Entscheidung die Entscheidung zur Prozessorientierung und nicht zur Ergebnisorientierung diese Gewohnheiten entlang des Weges diese kleinen Steps ja mein Lieber die lernst du entweder indem du einfach nur machst 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 auf deine eigene Faust so wie ich es auch gelernt habe ich habe zwar auch sehr viele Coachings gemacht und sehr viele Bücher gelesen und mich sehr viel weitergebildet und von Hinz und Kunst mir Sachen abgeguckt es hat halt länger gedauert aber das kannst du genauso machen oder du nimmst halt was wir anbieten und das ist die Flirt Masterclass das ist das Coaching was über 10 Wochen aufgebaut ist in dem du Schritt für Schritt lernst was die richtigen Gewohnheiten sind um flirtig mit anderen Leuten umzugehen um die Unabhängigkeit selber zu spüren wie sie sich in dir verbreitet wenn Menschen einfach reagieren wie du es noch nie erlebt hast wenn sie dich einfach angucken und total verwirrt sind wie selbstbewusst du rüberkommst und dass sie dann mehr von dir wissen wollen Woche 4 für die allermeisten und dann die Erfahrung machst wie einfach es sein kann dass dir dann auch mal eine Frau ihre Nummer gibt der Martin hat das vor 2 Tagen berichtet in unserer Flirt Masterclass der Titel war so einfach oder entweder so einfach kann es sein oder krass wie einfach es sein kann der Scheiß funktioniert wirklich ach der Scheiß funktioniert wirklich hat er geschrieben genau ja ja so einfach kann es sein der Scheiß funktioniert halt wirklich ne was hat Martin gemacht äh Woche 9 Woche 9 glaube ich oder Woche 9 ja ähm ist rausgegangen hat sich an den Leitfaden gehalten hat dort seine Leichtigkeit wiedergefunden obwohl er in seinem Tagesrhythmus eigentlich keine Leichtigkeit hat kein Problem er hat durch den durch die Reihenfolge der richtigen Gewohnheiten wieder die Leichtigkeit gefunden hat dann mit einer Frau geredet mega geil reagiert und äh das hat ihm so viel so viel Mut gegeben weil er so positiv überrascht war dass sie dann Nummern ausgetauscht haben ach sie hat sogar ihn nach der Nummer gefragt das ist ja das Krasse die haben sich so locker unterhalten und dann hat sie gesagt ja wollen wir jetzt mal Nummern tauschen und hat gesagt okay ja gerne ist möglich es ist nicht unmöglich es ist möglich es ist eine Entscheidung von deiner jetzigen Situation entfernt und äh wenn du den Weg mit uns gehen willst wenn du dafür interessiert bist wenn du sagst Alter das hört sich alles mega an wie machen wir das dann ist das wirklich nur eine einzige Entscheidung entfernt nämlich die Entscheidung dazu auf den Link zu klicken der in der Beschreibung ist zur kostenlosen Flirt-Typ und Charisma-Analyse damit wir uns deinen Flirt-Typ einmal ganz genau anschauen du dein Charisma-Potenzial von uns mitbekommst und du dann auch einen Leitfaden der zu deiner Situation passt zu deinen Gewohnheiten zu deinen Begebenheiten in deiner Umwelt in deinem Leben und nicht in einem Workshop den du einmal am Wochenende machst und dann nie wieder machst sondern in deiner Situation wie du in deiner Situation diese neuen Gewohnheiten etablierst pflegst und dann auf einmal viel attraktiver von deiner Umgebung wahrgenommen wirst von Frauen auch mal auf ein Date eingeladen wirst oder wie Mr. David berichtet hat dann mal von der Arbeitskollegin im Fahrstuhl um den Hals gefallen wirst und dann wild mit dir rumgemacht wird alles schon passiert kannst du auch erleben aber es ist immer nur eine Entscheidung entfernt immer immer weißt du wir machen uns so den Kopf darüber weil wir sagen ich muss noch so viel lernen ich bin noch ganz am Anfang klar wenn du den den riesen Berg vor dir siehst und du stehst noch ganz unten und du guckst auf die Spitze die ganze Zeit auf die Spitze dann denkst du dir Alter egal wie lange ich laufe die Spitze sieht immer noch gleich klein aus die Frage der Perspektive mein Lieber guck nicht nach oben guck halt direkt vor dir weil wenn du direkt vor dir guckst und nur eine Entscheidung weiter bist einen Schritt weiter dieser Schritt der sieht riesig aus wenn du genau den Schritt dir anguckst der Schritt ist riesig im Kontext des Schrittes ist der Schritt riesig und was ist dann morgen morgen machen wir wieder einen Schritt morgen machen wir wieder einen Schritt und am Tag danach machen wir wieder einen Schritt und jeden Tag einen Schritt nach 300 Tagen hast du den Berger Klum was ist die Alternative da zu stehen hoch zu gucken und dann zu sagen boah ist es so weit weg ich probiere es gar nicht erst ich will das Wort nicht sagen aber das ist doch doch schon komm schon das wissen wir beide darum ist die Entscheidung jeden Tag jeden Tag nur eine weitere Entscheidung entfernt eine einzige Entscheidung immer wieder oder wie Andi immer sagt wie ist man ein Elefanten wir sind verbissen genau also geh auf www.flirtanalyse.de für deine kostenlose Flirty.charisma-Analyse wie wir den Weg mit dir gemeinsam gehen werden und wie du in den nächsten drei Monaten den Leitfaden erlebst nicht einmal anschauen wirst und mal zuguckst wie das so geht wie andere das machen nein mein Lieber mir geht es darum dass du das erlebst und dann gehen wir den Weg gemeinsam und den gehen wir auch gemeinsam im Coaching da geben wir niemanden so schnell auf nein mein Lieber den Weg gehen wir auch gemeinsam aus dem Grund sind auch nur eine Handvoll von Männern jeden Monat bei uns im Coaching weil wir nicht jeden reinlassen ich habe gerade wieder jetzt von unseren Teilnehmern gehört wie geil einfach die Gruppenzugehörigkeit ist das Zusammengehörigkeitsgefühl die Männer haben ja jetzt wieder eine neue WhatsApp-Gruppe gegründet hast du ja bestimmt mitbekommen die FMC Live Light WhatsApp-Gruppe die Männer im Coaching die werden sagen ah geil hat meine WhatsApp-Gruppe erwähnt der Peter Peter hat es hier gegründet und das ist einfach glasklar wenn du mit Menschen zu tun hast wenn du von Menschen umgeben bist die deine Werte teilen die einfach Männer mit Herz sind die für Frauen ein Geschenk sein wollen dass dann einfach eine Eigendynamik auch entsteht weil du angekommen bist weil du das Gefühl hast ich bin hier am richtigen Ort das ist die richtige Entscheidung und du fühlst dich bestätigt von deiner Umgebung von deinem Umfeld und dadurch ist es einfach auch viel leichter dich Dinge zu trauen und Dinge zu wagen weil du jetzt von Gleichgesinnten immer wieder sehen kannst boah die trauen sich das auch anscheinend ist das ja normaler als ich dachte dann kann ich das auch probieren und diese geile Gruppendynamik die kannst du sonst nirgendwo finden also ich meine das ist zwar nur eine Meinung von mir und ich habe nicht jede einzelne Gruppe auf der Welt ausprobiert aber das ist zumindest das Feedback was wir immer wieder bekommen von unseren Teilnehmern ja also www.flirtanalyse.de hol dir dort deine eigene kostenlose Flirty.charisma-Analyse für den Leitfaden wie du zu dem Mann wirst in Frauen wollen und dann entlang dieser Reise auch die richtige finden kannst die Entscheidung ist eine Entscheidung entfernt ja mit diesen Worten darfst du vorsichtig wärst du vorsichtig genau ins Wochenende fahren genau mein Lieber bleib gesund bleib uns erhalten bleib deinen Mitmenschen erhalten und den Frauen die du noch kennenlernen wirst denn du bist ein Geschenk auch wenn du es manchmal selber nicht einsiehst bist du ein Geschenk und die Welt will dich auch genießen dürfen also zeig dich hier sei nur einen Schritt mutiger als du es bisher gewesen bist und vielleicht erinnert sich dadurch schon alles andere wir freuen uns auf dich bis dahin fahr vorsichtig